Eine Woche, Darling. Und zwei Wochen haben wir froh. Im schönsten Fall. Aber jetzt hat er schon gefickt, von daher. Der hat einen Sex? Bestimmt. Wieso? Mit Übernachtungsdate. Vielleicht. Würde es dich abturnen? Ja. Ja, mich würde es tatsächlich auch abturnen. Deswegen... Ich hoffe, er sagt einfach nichts. Wenn es passiert ist, dass er es nicht einfach rum erzählt. Wenn Maurice überhaupt noch mal wiederkommt. Wahnsinn. Also langsam finde ich es ja ein bisschen unverschämt, ne? Das ist ja wirklich 24 Stunden 24-Hour-King-Magic. Was machen die denn auch den ganzen Tag? Maurice ist ja auch ein Frühaufsteher. Der liegt ja nicht mehr im Bett. Das ist schon krass. Er ist das neue Hass-Objekt. Ich möchte ja Jan auch durchmachen. Dass du Hass-Objekt warst. Ja, du bist ja wenigstens wiedergekommen. Du hast wenigstens Anstand. Du bist nicht so eine Dirne. Endlich wieder Prinz Charming. Die neuen Folgen findet ihr jetzt auf TVNOW. Und weitere Videos meiner Staffel findet ihr auf YouTube. Also, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.